Willkommen zurück zu SMITE! Ich bin Mr.Kataphir. Let's play this Garninchen und wer dabei ist, ForceFully! Hallo! Meeresgrund! Hallo! Alex! Hi! Und Dragon! Hi! Und es geht in die ForceFully-Tutorial-Runde 2! Runde 2. Hier wird's schon schwerer. Du wolltest ein Bild vorgeben. Ach scheiße, ja. Da hab ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall kaufst du dir die Damage-Boots. Jaaaa. Du machst einfach deine Eins und dann gehst du wieder raus. Weil das OP ist. Jaaaa. Die Levels übrigens auch zuerst. Jaaaa. Und als nächstes kaufst du... Ich kenn gerade nur den Conquest-Builden mit Devaros-Gloves. Aber das kannst du ja nicht kaufen. Ich kann aber in die Richtung Bloodforge gehen. Ja, das ist allerdings nicht so geil, weil du nicht durchgehend die Base-A-Attack haust. Aber... Ich würd, glaub ich, auf Executioner gehen und dann auf Jordan Thras. Ne, er ist Jordan Thras. Okay. 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 Ja, Papa. Awesome! Jaaa, Mana-Pflanzen. Also das Problem ist halt, dass wir... ...mäßig alle in Mini sind. Wobei, das ist eigentlich auch ein Vorteil. Dann müssen wir mal gucken, weil... ...reiterisch, wenn wir alle in Mini sind, müssen wir alle auf einem Fleckchen auf einem einhauen. Ja. Und wir haben auch ganz schön viel CC. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, aber ich treffe meinen nicht, ne? Ich treffe meinen nicht gut. Sag ich jetzt schon mal. Ne, ne, ne. Ich pull dir, dann weißt du wohin fliegen. Kannst du auch pullen. Versuch's. Das müsstest du eigentlich hinkriegen. Lass mich mal vorgehen. Früher könnte ich mal pullen. Erstmal klatschen. Das ist so... So, eigentlich können wir die schon hier. Hier. Jo, ich hab... Oh, geil. Gabi geht's hier bei uns. Tschüss. Sehr schön. Mein... 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 Sorry, aber es war mein Dot. Der ist in der Luft gestorben, ne? Ja. Eigentlich wieder. Ich hab gleich hier. Vorsicht. Mein Pulli war noch nicht ready. Oh, hier. Den können wir töten. Oh, doch nicht. Hat ne Ult. Arschloch. Aua. Oh, schick. Schick. Oh, das war noch mal mit der Brume. Hier. Komm, flieg mal weg. Mach. Mein Stamm. Ah, Scheiße. Schade. Aber kein Ding. Was? Ach, das ist... Unsere Rachner. Ich wollte gerade das hell hier erklären. Nein, meins. Hallo? 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 Mach hier mal ne Blume hin. Awesome. Mach da mal ne Blume hin. Mach mal ne Blume hin. Mach mal ne Blume hin. Mach mal ne Blume hin. Hahaha. Hab ihn. Ja, Jack. Der ist noch bis los. Hat kein Healing. Oh, sorry. Holt ihn endlich. Tot ist tot. Du hast wirklich nur eine Basic, die ich gerade gemacht hab. Hahaha. Hahaha. Oh nein, bitte nicht. Boah, 58 Schaden. Ein Loch. Oh, halt noch kurz. Du hast mehr Gehalt als ein Portal Damage gemacht. Ein Tick. Oh, Shep. Schade. Nein, du bist bereit. Lundes Spiel. Passiert mich. Niemand folgt dir. Ah, diese Mana Pflanzen, ne? Die sind toll. Early Games. So. So gut. Ah, sehr. Ah. Awesome. You broke. Oh nein. Wir werden alle stören. Wir haben bloß ein Late Game Problem. Nur bei einem Makali eigentlich, der alles durchmetzelt. Machst du ihn hier, Ulla. Komm. Komm. Oh, den pull ich gleich. Hab ihn. Oh, die sind alle geblieben. Aber gestern. Oh nein. Ich hab erst in 6 Sekunden hier vor. Komm hier raus. Ja. 4. Ich hab auch einen 30 Sekunden. Eine Sekunde. Nein. 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 Oh. Oh. Schade. Das war so gut. Mann. Oh Gott, ich sehe dich. Ich hab auch gestern zu sagen, auf jeden Fall aufgehen. Egal. Weil dann noch alles richtig. Weil eigentlich zu viele von deren Squishies leben. Das ist nur Squishies. Egal. Nein. Oh Gott. Ihr Schweine. Könnt ihr eben noch ein bisschen warten? Ja. Katafi? Ja. Du mal ein Stück. Der Auto war ein bisschen länger. Ups. Äh. Mein momentanes Tage des Janus. Alles klar. Empfehle ich ihn gleich, wenn ich wieder da bin. Ein Mini für mich. Ein Mini für den dicken Mann. Da sind 3. Such dir eins aus. Ich wollte nur das eine. Frei Wahl. So. Jetzt will ich nicht mehr. Nee. Nee. Klar. Nichts kennt. Okay. Ja. 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 shoji HEAZ. Ja. Die ist weggekommen Schade. Sieh hatte sich. Ja. War ne gute Sache. Cool. Ich hab mal ein bisschen Mana hier. Wenn die Bühnen stacken können, wäre das auch noch heftig. Mein Stun ist noch nicht ready, aber meine Bühne. Hier ist Tammokong hinten. Wir haben Anti-Heal gebaut und man merkt auch, ah, oh mein Gott, ah, ah, scheiße, reingerannt. Hauen wir weg, ganz easy kill, jawohl. Ah, du bist gut. Ja. Kann ich hin nach der 1, übrigens die 3, ne? Ja. Äh, Leute, ich werd da gleich mal reinjumpen und mir die Skiller rausfokussen. Der Ulla, der Ulla leuchtet auch schon. Ich bin halt zu zu langsam. Schade. Ach, komm schon. War aber gut aus. Ah, der Drachen. Richtig süß. Oh nein, ich war schon am Sch... Schade. Oh, jetzt heil ich auch noch alles. Was kaufe ich? Na, Jotuns kann ich mir ja noch holen? Und dann? Was hat das gesagt? Äh... Ah, das ist Odisibo. Odisibo? Ach so, Executioner. Executioner, ja. Okay. Nooo. Nooo. Wir sind nur so Wegpass hier, ne? Wir haben 2.000 Erfragungspunkte mehr als wir. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Was macht der Janus hier alleine vorne? Zu Stress? Aber wir sind halt nicht hier, ich kann nicht pullen Ich hab immer noch Skiller als Target Kann man jetzt mal wen pullen? Den hier, der will doch gepullt werden Verkackt Passiert Nein Scheiß Rahr hier jetzt Da müssen wir mal auch irgendwie auch hier drücken Dass der aufhört Hab ihn! Oh shit Ich so an die alle aus Tötet ihr einfach, ich beschäftige die hier Nein, was geht ab? Guck, das sehen wir mal, einfach so, hi, was geht? Komm runter, komm runter Gab die Olle da gestunt? Der jumpt gleich Er hat auch schön da Ich will hier meinen, meinen Pluck Was? Mein Pull Okay Der jumpt Ja Ich, ich nervte einfach mir ein bisschen hier, Silana, es geht ab Hi Jawohl, danke Kommst du weiter zurück Oh Ist genau noch dein Ziel? Finde ich gut Ich hole die mal, ne? Die ist grad schön gesloat Oder Awww Arschloch Ich schieße die immer wieder mit meinen Dots ab Ah, die sind, ah, da kann ich nicht rein Ne, ne, dann lass, lass, lass Sollen sich nicht heilen Warum kommst du so weit nach vorne, du Idiot? Ah, das ist eine Ult, das ist gut Ah, ich bin blinded by the light Man merkt echt, nein, ich hab da keine Heilung, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Was, jetzt? Man merkt, nein, das ist gut, das ist gut Ah, Achtung, Ulla, 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 Ulla Ich kann auch spielen Hallo, Ruf hier Ich geh da mal rein, mir die Skler schnappen Arschloch Schade Oh, das war unnötig Oh, ich glaub, mein Teil ist gecrasht Ja, du gehst raus Du gehst raus Meist, das beste programmierte Spiel, ich kenne So, ich hab noch kein Heal, Alex Nee, kein Ding Noch geht's Jetzt Bestes Spiel Ja, kein Ding Nein, der Kali hat sich nicht mehr Das Spiel beginnt beim Phoenix Ist bei euch Force Wully auch raus? Ja, klar Achso Ich hab übrigens auch die Q geliftet Ja, das ist irgendwie öfter mal so Angeblich ist mein Passwort falsch Alles klar, Smite Du kannst es ja mal kurz hier sagen Dann können wir ja auch prüfen, ob es richtig ist Was denn? Dein Passwort Ich hab hier einen Ja Ah, jetzt ist niemand da Ich stege börsten nicht so kurz Oh, ich leb ja noch Ja Hi Ist einfach zurückgelaufen So, dann können wir wieder Hi Pluck die Tür spielt Oh, in das Web rein Oh, ist das schön So, hier sind alle kein Leben oder irgendwas Okay, da ich ja noch getötet habe ist Sun Wukong jetzt mein Ziel Sun Wukong? Mh, könnt ihr aber gerne selber töten und dann wieder zu besonderlich Geht mal auf Ra, wenn ihr könnt Ne, ich hab leider die kleine Ne, ich hab leider die kleine Oh, jawoll Katastik geht ab Ihr singt schon mal aufgefallen Ähm, müsst ihr mal drauf achten, wenn Wenn Ula's Dancewreck sagt Er sagt, you can't outrun my bow Er singt es in einer millionischen Art und Weise Okay Ah Achtet mal drauf Wenn ihr es einmal hört, dann könnt ihr nicht mehr enthören Oh, scheiße, Entschuldigung Mist, 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 Mist Lauf weg Sehr schön Der ist jetzt mein Ziel Oh, Entschuldigung, nein Oh, Tod ist tot Das sollte aber gerade bei Kanuni nicht so sein Aber ich dachte irgendwie nochmal den auch verhalten oder so Oh, Tower-Kill gibt XP Äh, Janus Da wollte ich gar nicht rein Ich bin mal eben nervig hier bei dem Teuf, ne? Mach dir mal Tower Komm, das, das hier meine ich Einfach so stehen Drauf, 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 drauf Das geht Wie geht's euch? Pizza Nice job So, jetzt können wir Den holen Kaff ihn Hier geblieben Schön Ja, ich habe recht Fake Das war ein Grit Ist das Decoy, oder? Ja, ist das Decoy Ich habe mir das Gülle als Target Oh, sorry Oh, sorry Das tut so weit wegs You can't not run my bow Sechs Sekunden von mir Vorsicht Oh, shit Mein Fehler, mein Fehler Eins Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, heal, heal Oh, shit Oh, shit War mir doch ein bisschen zu knapp Ne, in das Heal-Heilfeld will ich nicht rein Nicht, warum nicht? Ja Das sieht verdächtig aus Oh, geil, danke Ich habe ihn gesto- Oh, shit Können wir den Kill holen? Ich will den nicht gesto- Stealing error Den nehme ich, wenn es geht Versuch mal Nix da, hier geblieben Achtung, nee, nee, geh nicht rein, geh nicht rein Danke Thanks Oh Schrecklicher Fehler wie bei mir gerade Ja, heute ist echt Serverprobleme, wir hatten das ja irgendwann verhindert Das habe ich schon seit mehreren Wochen Okay, ja Soll ich nochmal mich exekuten? Nee, ich hab jetzt 3.700 und Brauchst es nicht, wir können es eigentlich jetzt gleich so ein paar Sekunden beenden Oh, der ist so tot Der ist mehr als tot Alter Na komm, rauf da Ich hab schon so großen Attack-Speed und Life-Steel, das ist nicht feierlich Ah, shit Das ist die Ult Ich bin mir eben nervig hier, ne? Geh weg Geh weg Klar, geh weg Haut ihr mal den Samo-Kong-Platz, wenn der gleich runterkommt Ja, den passt Ist schon unten Oh, der ist runter Oh, der ist runter Ist der wieder oben Oh mein, der wollte ja runterkommt So, ist zu da? So, was, 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 die ist geslaut? Oh, der ist genau, der jemand rauskommt Oh, der ist genau, der jemand rauskommt Jetzt bist du dran Geh auf den Titan, der ist gleich tot Ja, aber wenigstens einer den Titan macht Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für den Tutorial Stufe 2 Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020